Guten Morgen aus Berlin zu BILD Daily live bei BILD.de und bei Facebook. Wie immer, wie gehabt, heute wieder mit meinem Kollegen Christian Mutter aus unserem Social Media Team, der für uns, für euch da ist, damit ihr Fragen stellen könnt, damit ihr kommentieren könnt. Also nochmal, wie jeden Morgen, unser Aufruf an euch, bitte macht doch mit, stellt eure Fragen, seid mit dabei, denn unsere Gesprächspartner heute werden auch gerne eure Fragen beantworten, zu welchen Themen, das seht ihr gleich in unseren Schlagzeilen. Vorher will ich noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir heute ein letztes Mal vorerst um 9 Uhr live sind für euch. Ab Montag sind wir immer ab 12 Uhr mittags für euch da, also schön merken, müsst ihr nicht so früh aufstehen ab der nächsten Woche und dann hauen wir jetzt mal die Schlagzeilen raus, bitteschön. Emotionaler Abschied von Hendrik Kierfitz, der TV-Star, wird heute in Berlin beigesetzt. Hummels will zu Bayern, der BVB-Spieler bittet, nach München wechseln zu dürfen. Ihre Kicker-Posse bis zu 250.000 Euro Strafe, wenn mehr als ein Ball pro Woche über den Zaun fliegt. Und wann ist endlich Schluss mit diesem Bibber-Ekel-Wetter? Die Aussichten für das Wochenende und den Mai. Das sind also unsere Themen für heute, unsere Top-Themen. Das heißt, ihr könnt Fragen stellen an meine Kollegin, zu der wir gleich schalten, die vor der Kirche steht, in der Hendrik Kierfitz heute beigesetzt wird. Ihr könnt Fragen stellen an meinen Kollegen aus der Sportredaktion, der gleich zu mir kommt. Und mit dem werde ich sprechen natürlich über den geplanten Wechsel von Mats Hummels und Wetter, Wetter, Wetter. Was ist los mit dem Wetter? Wir schalten zu unserem Lieblings-Meteorologen Dominik Jung. Und da könnt ihr natürlich auch eure Fragen loswerden, wie es zum Beispiel bei euch am Wochenende wird. So, und dann starten wir mit einem tatsächlich nicht so schönen Thema. Denn am Dienstag dieser Woche war es ja quasi der Abschied im TV von Hendrik Kierfitz. Da lief sie selber das letzte Mal in aller Freundschaft auf dem ZDF mit ihr in der Hauptrolle. Vor gut drei Wochen war die sympathische Schauspielerin an ihrer Krebserkrankung verstorben. Ihre Freunde, ihre Familie und natürlich auch ihre Fans verabschieden sich nun heute von ihr. Meine Kollegin Christine Wahl ist uns jetzt live zugeschaltet vom Waldfriedhof in Berlin-Zehlendorf, wo gleich die Beisetzung stattfinden wird. Christine, was kannst du uns über die Trauerfeierlichkeiten sagen? Wer zum Beispiel wird eine Rede halten, weißt du das? Also die Trauerfeier von Hendrik Kierfitz beginnt um 10 Uhr hier hinter mir in der großen Kapelle. Dort haben bis zu 150 Gäste Platz, die Vorbereitungen laufen. Erste Gäste sind auch schon eingetroffen, Blumen werden hergerichtet und dann erst ganz zum Schluss wird auch die Urne mit der Asche von Hendrik Kierfitz dort ihren Platz finden. Die Trauerfeier dauert etwa eine Stunde. Es werden mehrere Reden gehalten, unter anderem auch von ihrer Familie. Wer genau das sein wird, steht noch nicht fest, aber vermutlich wird das der Bruder von Hendrik Kierfitz sein, Florian. Werden denn auch Ihre Kollegen aus In aller Freundschaft erwartet heute? Es werden viele Kollegen von In aller Freundschaft erwartet, denn auch dort wird einer sprechen. Auch da ist noch nicht recht klar, wer das sein wird, aber es wird wahrscheinlich Thomas Rühmann sein. Das ist ja der Mann, der 18 Jahre lang der TV-Ehemann von Hendrik Kierfitz bei In aller Freundschaft war. Und man weiß ja auch, dass die beiden nicht nur durch die Schauspielerei verbunden sind, sondern dass da auch eine tiefe Freundschaft hinter steckt. Und ich finde, das wäre der perfekte Kandidat für eine Rede. Christine, als letzte Frage, warum hat sich die Familie von Hendrik Kierfitz gerade für diesen Friedhof entschieden? Also Hendrik Kierfitz wird hier in Zehlendorf ein Ehrengrab bekommen. Sie wird direkt neben ihrem Vater begraben, Peter Kierfitz. Der ist 2013 gestorben und hat hier auch seine letzte Ruhe gefunden. Christine, vielen Dank für deine kurze Einschätzung. Du wirst auch gleich nochmal über Facebook Live von der Ankunft der Trauergäste berichten. Vielen Dank und liebe Grüße. So, und damit kommen wir zum zweiten Top-Thema des Tages. Mats Hummels bittet also jetzt ganz offiziell, kommuniziert über die Homepage des BVB Dortmund um seine Freigabe. Bully, was ist das eigentlich für ein Vorgang? Also hat dieser Schritt, über die Homepage zu gehen, was damit zu tun, dass der BVB börsennotiert ist? Ja, also erstmal muss man jetzt vorweg sagen, das war natürlich eine Hammernachricht, die gestern dann nochmal ans Licht kamen. Aber auf der anderen Seite auch keine große Überraschung mehr. Denn Mats Hummels hat ja schon nach dem Pokalhalbfinale in Berlin gesagt, dass ihn da eine Entscheidung beschäftigt und dass da was vorsteht. Also wir haben alle schon in etwa mit so einer Nachricht gerechnet. Und ja, um auf deine Frage zurückzukommen, so muss der BVB das machen. Denn solche Wechsel, solche Millionenwechsel ja auch können dann wirklich Einfluss auf den Aktienkurs dieses Unternehmensbüros Herr Dortmund haben. Jetzt ist vor ein paar Jahren, 2013, wenn ich mich recht erinnere, Mario Götze von Dortmund zu den Bayern gegangen. Damals hat Mats Hummels so ein bisschen gestichelt und hat gesagt, er versteht das gar nicht. Mario hatte hier alles, Kohle braucht er schon mal gar nicht irgendwie. Und jetzt macht er es selber. Ja, das war natürlich auch noch die erfolgreichste Zeit von Borussia Dortmund in den letzten Jahren. Dortmund war 2011, 2012 Deutscher Meister geworden, hatte 2012 den Pokal gewonnen. Und 2013 stand Dortmund ja auch dann noch im Champions-League-Finale gegen die Bayern. Da hatte Mats Hummels sicherlich nicht ganz unrecht. Sicherlich wäre Mario Götze auch beim BVB weiter gut aufgehoben gewesen. Trotzdem muss man auch bei ihm jetzt sagen, sportlich ergibt das schon Sinn, dass er zu den Bayern wechselt. Wenn er zum Beispiel nochmal die Champions-League gewinnen will, das hat auch BVB-Boss Watzke zugegeben, dann ist er sicherlich beim FC Bayern am besten aufgehoben. Wie werden denn die Fans das eigentlich aufnehmen? Aus meiner Einschätzung würde ich sagen, sind die noch relativ okay damit. Denn das ist ein bisschen anders als bei Mario Götze vor einigen Jahren. Dem wurde das nie verziehen, dass er zu den Bayern gegangen ist. Bei Mats Hummels spielen aber auch noch Komponenten rein, wie zum Beispiel seine familiäre Verwurzelung in München. Und er hat ja mal bei den Bayern gespielt. Also er kehrt zurück. Und auch in dem Sinne würde ich sagen, werden viele Fans das wohlwollender betrachten als den Wechsel von Mario Götze. Bin wirklich gespannt. Sag mal, gibt es Fragen aus dem Netz, quasi Userfragen? Einen Punkt, den Bulli gerade schon angesprochen hat, wurde auch von den Fans aufgegriffen. Der verlorene Sohn kommt zurück. Ist so ein bisschen dieses Credo, was dahinter steckt. Marcel-Oliver Winkler möchte wissen, ihn würde die Ablöse interessieren. Natürlich Spekulation, aber hast du da schon Infos? Klar, das ist natürlich Spekulation, Marcel. Also es ist so, dass der Marktwert von Mats Hummels ungefähr auf 32 Millionen geschätzt wird. Das ist auch nur eine Schätzung. Er hat noch ein Jahr Vertrag und sollte er diesen Sommer wechseln, dann müssen die Bayern da sicherlich ordentlich was auf den Tisch legen. Wir haben schon gesehen, auch beim Thema Gündogan, ManCity wird, wenn sie ihn haben wollen, ordentlich nachbessern müssen beim Angebot. Und auch bei Mats Hummels, da sind sich die Bayern sicherlich auch im Klaren darüber, wird eine große Summe fließen müssen. Das ist einer der besten deutschen Innenverteidiger, klar. Uli, erstmal vielen Dank. Du bleibst noch ein bisschen bei uns, falls noch weitere Fragen auftauchen. Wir bleiben nochmal ganz kurz bei diesen Riesensummen und auch beim Fußball. Beziehungsweise kommt noch ein Nachbarschaftsstreit. Diese Komponente kommt auch noch dazu. Denn ich kann euch sagen, egal worüber ihr euch schon mal mit euren Nachbarn gestritten habt, das, was ihr jetzt seht, das übertrifft alles. Wirklich alles. Es ist ein Nachbarschaftsstreit, wie er im Buche steht. Die Mücke wird zum Elefanten gemacht. Und zu wirklich einigen kann oder will sich einfach niemand. Für die Kicker vom TUS Kochstedt könnte diese Fede in Zukunft aber so richtig teuer werden. Nachbar Lutz S. ist genervt von Fußballen, die ständig in seinem Garten landen. Also verklagte er den Verein und bekam Recht. Unser Fußballverein wurde verklagt aktuell, dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass nicht mehr wie ein Ball pro Woche den Ballfangzaun überfliegt zu unserem Nachbarn. Sind es mehr, könnte der Verein bis zu 250.000 Euro Strafe zahlen. Ja, sie haben richtig gehört. Eine Viertelmillion. Und das gilt auch für den öffentlichen Bolzplatz im hinteren Teil des Vereinsgeländes. Denn rechtlich trägt der Verein die Verantwortung dafür. Ich selbst würde es verstehen, wenn ich da mein Grundstück hätte, wenn ich da wohnen würde und jeden Sonntag würde bei mir auf die Kaffeetafel in den Ball rüberfliegen. Das sind sicherliche Aspekte, wo ich sage, okay gut, das wäre eine Situation, die auch für mich nicht zufriedenstellend wäre. Aber hier bei der Nutzung dieses Grundstück, was ja für mich bloß ein Gartengrundstück ist, wo auch kein Schaden passieren kann, da gibt es sicherlich andere Lösungen. Ohne finanziellen Aufwand. Rein friedlich könnte man das alles klären. Aber wie gesagt, alle Versuche wurden bis jetzt von der Gegenseite abgewährt. Und damit das Ganze auch ordentlich dokumentiert ist, überwacht Lutz S. sein Grundstück per Videokamera. Abgesehen von den vier Zäunen. Der Verein bittet jetzt auf seiner Homepage um Spenden. Nicht etwa für das erste Bußgeld, sondern für einen höheren Zaun. So, Freunde, und jetzt wird es Zeit, dass wir mal über das kleine Arschloch alias Wetter sprechen zum Ende der Woche. Denn so langsam, finde ich, haben wir eigentlich ja alle die Schnauze voll. Und Dominik, wenn du uns jetzt nicht endlich mal die Sonne versprichst, muss auch ich dich leider durchbeleidigen. Wie wird das Wetter am Wochenende? Ich stehe schon mitten in der Sonne. Die Sonne, die kommt deutlich mehr hervor. Vor allen Dingen Richtung Nordostdeutschland im großen Rest. Da bleibt es aber noch ein bisschen wechselhaft. Vor allen Dingen am Samstag und Sonntag kann es im Süden, Südwesten viele Wolken geben und jede Menge Regen. Wahrscheinlich sogar Richtung Schwarzwald unwetterartige Regenmengen. Also mit dem schönen Wetter, da klappt es nicht überall. Aber die Temperaturen gehen langsam bergauf. Viel tiefer als letzte Woche konnte es auch kaum noch gehen. Wir haben ja momentan dieses Tief gehabt über der Nordsee und das hat immer wieder die kalte Luft zu uns gebracht. Im Osten Europas, da liegen Hochs und die kommen so ein bisschen näher nach Ostdeutschland. Und das heißt, da wird es am Wochenende ein bisschen schöner. Ich möchte sagen, es wird Zeit am 1. Mai, am Sonntag. Wie wird denn der Rest des Mais? Kannst du das sagen? Wird der Mai-Monat ähnlich bescheiden wie der April oder wird es besser? Also zumindest wird es mal wärmer in den nächsten Tagen schon Richtung Himmelfahrtstag oder Vatertag. Da können wir teilweise mit 20 bis 25 Grad rechnen, also ein erster Sommertag. Aber danach wird es schon wieder kühler. Das heißt, diese Wärme, die ist noch von kurzer Dauer und die Temperaturen, die gehen ziemlich schnell wieder runter nach dem Vatertag. Und ja, insgesamt wird der Mai wahrscheinlich eher wechselhaft verlaufen. Das heißt, so wie der April, mal warm, mal ein bisschen kälter, immer wieder Regenschauer, teilweise auch kräftige Gewitter mit dabei. Ähnlich wechselhaft wie im letzten Jahr. Also ein beständiges Hoch ist einfach nicht in Sicht. Ehrlicherweise kannst du ja auch nichts dafür, lieber Dominik. Ich danke dir für die Einschätzung, auch wenn sie nicht so wahnsinnig positiv waren und der Sommer immer noch sehr auf sich warten lässt. Aber vielen Dank und ein schönes Wochenende trotzdem. Gleich war's. Tschüss. Tschüss. So, und dann kommen wir zum Schluss, weil wir nämlich noch ein bisschen Zeit haben. Nochmal zurück zum BVB, beziehungsweise zu dem Wechsel von Hummels. Bevor ich noch zwei Fragen stelle, gibt es noch eine Userfrage schon wieder? Ja, zwei Userfragen nochmal. Willkommen, eine ist relativ schnell wahrscheinlich zu beantworten, Bulli. Florian fragt, wann würde der Wechsel endgültig vollzogen werden? Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, es sind noch vier Spiele, wenn die Bayern Manns-Hummels schon im Sommer haben wollen, für Hummels in Dortmund. Drei Bundesliga-Spiele und das Pokalfinale gegen die Bayern. So wie sich die Ereignisse jetzt so in den letzten anderthalb Wochen entwickelt haben, glaube ich, dass dann auch schon demnächst eine Vollzugsmeldung kommen könnte. Das könnte schnell gehen jetzt, ja, klar. Und die andere Frage ist eher moralischer Art. Ist denn Mats Hummels jetzt beim BVB noch tragbar als Kapitän? Auch das, dazu hat der Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke schon was gesagt. Er hat ganz klar, noch bevor diese Meldung gestern kam, gesagt, Mats Hummels wird den BVB im Pokalfinale, also in seinem vielleicht letzten Spiel als Kapitän aus Feld führen, hier in Berlin gegen die Bayern. Ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. Das wird so kommen. Okay, ich kann auch dazu nur sagen, ein kleiner Insider. Ich habe gestern mit einem engen Vertrauten von Mats Hummels gesprochen. Und man kann nur sagen, ihm ist die Entscheidung tatsächlich sehr, 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 sehr schwer gefallen. Er hat sich damit sehr schwer getan. Von daher, ich glaube, man kann ihm auch tatsächlich jetzt nicht so wahnsinnig große Vorwürfe machen. Als letzte Frage, Bully, jetzt kommen da vielleicht 32, 34, 35 Millionen zustande. Was machen wir denn damit beim BVB? Ja, also es ist natürlich ganz klar, dass irgendeine Art von adäquatem Ersatz gefunden werden muss, vor allem für Mats Hummels. Die Dortmunder sind aber auch schon im Großen und Ganzen sozusagen an der Planung für die neue Saison und stricken da fleißig. Gerade für die Position von Mats Hummels ist Niklas Süle aus Hoffenheim im Gespräch. Das hatten wir auch schon berichtet. Also da werden wir sicherlich dann auch demnächst wieder neue Nachrichten bekommen. Und hier zitiere ich auch nochmal den BVB-Boswatzke. Also das ist in den letzten Jahren dem BVB immer gelungen, schwere Abgänge zu verkraften. Und das werden sie wahrscheinlich dann auch mit Hummels schaffen. So sieht es der BVB. Super, Bully, vielen Dank. Das war BILD Daily für heute und diese Woche. Bitte daran denken, dass ihr am Montag um 12 Uhr einschaltet und nicht um 9 Uhr. Da kommen wir ein bisschen später. Bis dann, schönes Wochenende. Tschüss. Bis dann, schönes Wochenende. 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 Vielen Dank.